Das ist Lena. Lena fragt sich schon seit einer ganzen Weile, wie viel Wasser sie eigentlich pro Tag verbraucht. Sie hat gelesen, dass Trinkwasser nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Beim Duschen, Kochen oder Waschen kommt täglich eine ganze Menge an Wasser zusammen. Doch ist das alles, was sie tatsächlich verbraucht? Im Haushalt verbraucht Lena das Wasser direkt. Der Wasserhahn läuft also und sie nutzt das Wasser für ihren täglichen Bedarf. Aber auch wenn der Wasserhahn nicht läuft, verbraucht Lena Wasser. Das passiert indirekt und man bezeichnet den Verbrauch als virtuelles Wasser. Aber wie kann Lena denn bitte indirekt Wasser verbrauchen? Virtuelles Wasser ist die Summe an Wasser, die bei der Herstellung von Waren gebraucht wird. Als Beispiel schauen wir uns mal eines von Lenas T-Shirts aus Baumwolle an. Bis es im Bekleidungsgeschäft aushängt und schließlich bei Lena im Kleiderschrank landet, wird viel Wasser benötigt.